Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wir haben in der letzten Folge die... Oh, Hacker. ...die Sphäromasse besiegt. Oha, das habe ich in der letzten Folge tatsächlich übersehen. Na, wer sieht es? Albedlexikon Band 15 erhalten. U gleich O. Oh, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz gucken. Gut, wir haben bis jetzt alle. Das finde ich sehr gut. Ich gehe mich nochmal einmal kurz hochheilen und speichern. Ja, komm, schadet nicht. Und dann möchte ich kurz was überprüfen. Das geht jetzt schon? Ähm. Dies ist nämlich der geheime Weg... ...zu... ...ja, zum Anfang... ...des Wald. Da unten, da ist der Typ mit den... ...Schmetterlingsjagd da. Was sagt die denn hier? Der Weg ist nun passierbar. Man erreicht Tempel Makalania einfacher. Ja, und wenn ich da hoch will... Hallo? Ach. Ja, guck mal, wo wir jetzt sind. Am Eingang... ...des Makalania-Walds. Und jetzt liegt hier auch ein Jacks 4. Äh, ich nehme den einfach mal mit. Ich nehme den einfachen... ...dass ich mich nicht. Ich nehme den einfachen... ...dass ich mich nicht. Watch your tongue, Knave. Ah, my apologies. I am Braska, a Summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage. To Zanarkand. Seriously? Hm. I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Zanarkand, my prayers will be answered. And you will be able to go home. We think. What say you? Great, let's go! Hm. So quick. Anything to get out of here. Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a Guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen Summoner, wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Brasca, sir. Let's show them they're wrong. A fallen Summoner, a man from Zanarkand, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony would be if we defeated Sin. I am in. Stop gabbing and get me out of here! I am in your hands until we reach Zanarkand. I am in your hands until we reach Zanarkand. Und das war die Geschichte, wie Jacked von Spira erfahren hat. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich erinnere mich jetzt gerade noch an ein paar andere Orte, wo Jacked's Sphere sind. Das dauert aber noch. Ich würde mich noch mal... Ja, ja, ja. Ist okay. Ich gehe ja schon. Tschüss. Ich speichere noch mal. So, und dann... So, begebe ich mich jetzt hier hoch. Ja, also das Schöne ist, es ist eine unglaubliche Abkürzung durch den ganzen Wald. Und es gibt hier keine Monster. Also, ja. Besser geht's eigentlich nicht. Es ist, weil, guckt, jetzt sind wir schon wieder hier bei der Spheromasse. Keine Monster. Es ist einfach, ja. Es ist einfach super. So. Achso, wie viel Level haben wir von das Spherom... Es ist ja mager. Es ist ja... Ne, es ist eine magere Ausbeute. Kann ich mich nur beschweren. Wir sind... Da ist ein Albed-Lexikon. Band 16. B gleich P. Tidus ist nun ein Albed- Sub-Nar-Ran. Super. Ich bin treuer Wacka-Kunde. Äh, Ausrüstung? Oha! Bats, er ist jetzt Sonic schwer. Das hat vorher 12.000 gekostet und nur wegen Angriff plus 3... Oha! Z-Angriff für Kimari? Ernsthaft? Kraftfaust. Hä? Stummenlocken? Das ist ja alles... Das ist ja alles... Das ist ja... Ich weiß nicht, ob ich das... Ne. Eig... Ne. Eigentlich... Hallo. Items. Items. Ne. 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 Was? Ähm. Was? Seit wann? Ähm. Ähm. Hier ist ein Reisebedarf. Warum zum Geier... Ich... Hä? Ich bin verwirrt. Polarabend. Das ist ganz geil. Ähm. Hi? Mein turn now! Das Schwert ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht. Das sind ja... Hier, da. Da. Feuer ist... Super. Aua. Ich nehm an, dass Feuer gut ist, ne? Ja. Oh yeah! Ja, Auron, hau drauf. Oh. Oh. Eislau. Ah, der Schaden hält sich in Grenzen. So. So. Kimari, my friend. Du hast doch bestimmt... Durchschlag, durchschauen, Angriff. Oh, das ist schon eigentlich ganz geil. Hier hätte ich Hitzeschlag und Durchschlag. Aber kein Durchschauen mehr. Ne, das lohnt sich nicht. Ne, ne. Was? Meine Rage kitzelt. So. Nein, Kitzel to easy. Ne, Kitzel. Ach, egal. Juckt. Egal. Ihr wisst, was ich meine. You know what I mean. So, Wacka. Wacka, eh, eh. Juna. Und... Lolo. Äh, Feurer. Ich war jetzt auf diesem Kampf... Was? Kein Vernichtend? Ich war auf diesem Kampf so... Überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Ist halt leider so. Ähm. Hi. Hi. Oh, you want me to scratch you? There. Good boy. Ha, ha. How'd you know what it wanted? Uh, I've always been able to tell how Chocobos feel. Maybe I'd make a better Chocobo breeder than Chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing? Yeah, I think so too. Hmm. You know, I might just give it a try. Ich weiß nicht, ob diese Antwort jetzt story-relevant ist. Also, ob das irgendwas beeinflusst. Aber, ich weiß, dass er am Ende ein Pfleger wird. Meine ich zumindest. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt hier antwortet Chocobo knight, also Ritter. Aber, ist ja, ne, ist ja Wumpe. So. So. Ich habe gehört, Frau Yuna zu weinen, Maester Seymour. Es ist großartig. Es ist großartig. Ich würde gerne begratulieren. Aber es ist ein Pettig. Ich hoffe, Lady Yuna would defeat Sin and bring the calm to Spira. Yuna's still going to journey, even after she's married. Oh, that is also great news. Her resolve is admirable. Anything can happen. Make sure you're prepared. Right? There is a saying, hurry up and wait. It means, prepare quickly so you're ready for whatever comes next. Sounds like something an old man would say. Forgive me. Temple not far. Why stop here? Temple not far. Would you like to hear about Makalania? Lake Makalania is frozen over all through the year. It stays frozen, even on the hottest of days. It is said that the temple's faith is the cause of this fantastic phenomenon. And that is all for today. Seriously. A wedding's not supposed to make people feel this bad, huh? Come on, don't say that. Hmph. I say what I want, ever since I was a kid. Oh, so you're an adult now? You know it. Anyways, how long are we supposed to stay here, you think? Hey, don't ask me. Things have sure gotten complicated since Sir Aron joined us. You think so, too? Yuna's really quiet. Sitting here like this, you really get to thinking. Can we go now? I'm tired of waiting. Can we go now? I'm tired of waiting. Hopefully, I can be present at the wedding. It is not every day that one can attend such a joyous event. Don't forget to smile, remember? Oh, you're right. I'll try and remember. Smiling. Willkommen im Makalania-See-Zweigstelle. Der globalen Reisebedarf-Kette-Rinds. Oh, Gottes Willen. Was ist ein Wort? Ausruhen, Ausrüstung kaufen. Ja, zeig mal. Was ist alles mehr so... Ah, Langsch... Hä? Das ist alles so mager. Was? Weltkarte? Überblick über Spira. Wir haben eine. Mehr brauche ich auch nicht. Hoffentlich. Okay, das stört mich gerade. Ähm... Handgranaten. Die sind halt zu schwach. Die waren am Anfang ganz gut. Vielen Dank. Jetzt soll ich... Ja, okay. Ähm... Wir haben eigentlich mit allen geredet, ne? Ja, ich... Ja, Alter. Halt die Klappe, alter Mann. Monster-Infos. Chimera. Ne, dann starten Kämpfe. Das möchte ich eigentlich nicht. Hab ich hier noch irgendwo ein Albed-Lexikon? Warum kann ich denn da nicht mit den Büchern interagieren? Das ging doch... In... Der Mihan High Road. Wie heißt der denn nochmal auf Deutsch? Mihanenstraße? Ging das doch auch. Ich speichere jetzt nochmal. Aus Gründen. Ich finde den Bär... Hier irgendwie... Neckisch. Weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht, was passiert, wenn... Ich ruhe mich gerade mal aus. Ich will wissen, was passiert. Wow. Ich... Ja. Bin echt überrascht. Ja. Ich gehe jetzt einfach weiter. Orin sagt da was von Vorbereitung, ne? Ja. Ja. Komm. Magie ist zwar jetzt nicht das... 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 Ja, aber... Hallo. Aber HP. Lulu, meine Beste. Reflex ist immer gut. Gerade bei Lulu. So. MP... Ist super. Reflex auch. Ja, doch. Dann lohnt sich das noch. Ja, und das ist Geschick, ne? Ah. Ist jetzt nicht so, aber... Naja. Ich habe den Geschicks... Den Geschickwert nie kapiert. Ich glaube, das ist so wie Initiative, ne? Bei Pokémon. Wer den höchsten Wert hat, ist als erstes dran, ne? Oder am meisten, ne? So in der Richtung. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Das hier gar nicht mal so die große Rolle spielt. Ich meine, ja. Ich... Könnte es nachvollziehen, wenn man den... Wenn man die Geschickfelder... Oder Geschicksfelder, keine Ahnung wie die heißen... Meiden würde. Nicht aktivieren würde. Dass du... Sehr selten dran bist. Das... Ja. Das würde ich verstehen. Eigentlich eine coole Challenge. Mal gucken. Irgendwann vielleicht mal. Naja, auf jeden Fall. Aber ansonsten... Habe ich nie gemerkt... Oh mein Gott. Mein Charakter braucht unbedingt Geschick. Der ist so selten dran, ne? Das ist... Sehr schlimm. Also, ne? So ist es denn jetzt auch nicht gewesen. Ich gehe nochmal eben rein und... Und heile mich beim Spheroiden. Beim Speicherspheroiden. Und Speicher auch nochmal. Akalania-See-Reisebedarf. Äh, ja. Ja. Ach ne, warte. Ich möchte noch wissen. Hm? Warum? Ich hätte gern die Kiste. Aber naja. Ich hätte gern die Kiste. Ich hätte gern die Kiste. Ich hätte gern die Kiste. Sohn, pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. Do you think that Maester Seymour would let me? But of course, milady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Well, we must follow Guado tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. I... We're all with you? Do as you will. Thank you. Sorry. Hm? That was your line. Yuna! Yes, sir! Oh, no! I'll bet! Es tut mir unheimlich leid, aber ich muss jetzt leider einen Cut machen. Äh, ja, die Albed kommen, die wollen wahrscheinlich wieder Yuna entführen. Und beim nächsten Mal sehen wir mehr. Bis dann, bleibt dran. Es ist spannend. Tschau. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.